Und in Berlin begrüße ich jetzt Tina Hassel, just seit heute Leiterin des Hauptstadtstudios und schon im Einsatz. Tina, gibt es Reaktionen aus der Bundesregierung auf diese jüngsten Enthüllungen? Nun, die hält sich im Moment noch zurück. Man werde die Vorwürfe zunächst einmal genau prüfen und dann morgen sich dazu äußern. Das ist auch die Linie der drei betroffenen Ministerien. Aber wenn das Kanzlerhandy abgehört wurde, dann könnte es auch nicht verwunderlich sein, wenn Minister abgehört wurden, war in einer ersten Stellungnahme zu hören. Das Ganze ist spannend und vor allem auch spannend, wie sich möglicherweise Sigmar Gabriel äußert. Spiel spricht dafür, dass auch er noch abgehört worden sein könnte, auch wenn zunächst ja alles 2012 nach den Belegen aufhört. Er hat sich gegen heftigen internen Widerstand seiner Partei ja immer für das transatlantische Handelsabkommen eingesetzt. Sollte er also auch abgehört worden sein, wäre dies ein zusätzlicher Affront. Welche juristischen Folgen könnte das haben, nachdem damals bekannt wurde, dass Angela Merkels Handy abgehört wurde? Da hat der Generalbundesanwalt seine Ermittlungen nach sehr schneller Zeit wieder eingestellt. Könnte er die jetzt wieder aufnehmen? Nun, die Opposition im NSA-Untersuchungsausschuss fordert das schon. Sie sagt, es sei eine völlig neue Grundlage. Nun seien die Beweise da, dass das Kanzlerhandy abgehört wurde. Und man müsse deshalb wieder die Ermittlungen aufnehmen. Übrigens will man auch Reinhard Profaller morgen im NSA-Untersuchungsausschuss hier schon befragen. Er war ja bis 2013 Kanzleramtsminister. Juristisch wird aber vor allem zu prüfen sein, das haben wir heute von Juristen gehört, ob diese Spähaktivitäten von deutschem Boden ausgegangen sind, ob damit also gegen Bundesrecht verstoßen wurde. Das wird jetzt erst mal ausführlich geprüft. Also da werden wir so schnell nicht mit einer Entscheidung zu rechnen haben. Tina Hassel aus Berlin, vielen Dank.